Das war eine klare Ansage. Ja, das war eine klare Ansage. Schöpfe, was hältst du von Beatrice Proben heute? Das wird verpasst. Ich glaube, ich weiß nicht, was du machst. Das soll nicht drüber sprechen. Beatrice hat das kaputt. Vorher hatte ich noch mehr Angst, als wollte ich es nicht bereit. Ja, genau. Das tut noch mehr weh, das hat sie in die Höhe gesehen. So eine Absätze. Aua, aua, aua. Nicht wegen der Bettensinnereien, aber extra Kopfschmerzen. Das kann er nicht rauchen. Das wäre eigentlich noch alles Haustiere. Das hatten wir noch nie besprochen, oder? Ich habe keine. Ich hatte immer Katzen ganz lange. Zwei Stück, aber die letzten zehn Jahre keine mehr. Alleine und dann hast du keine Zeit. Ja. Die Zeit. Wasa.